Das heißt, wenn du an der Anke stehst, dann hast du kein Turmbelock, mein Vollgas, sondern ein Abflug, das es auch geht, da zu fliehen bedeutet. Das ist direkt mit dann. Das ist verletzt, ja. Ich frag mich gar nicht, ich hab mir das sogar hier mal angeguckt, 190.000 haben noch nicht mal Luftfühle gesehen. Ein Spitz hinter gar nichts. Ich frag mich nicht, was zu hier machen. Das ist ja klein. Aber ein kleines Kosturo.